Hallihallo! Oh, tut mir leid. Du bist Video, stimmt's? Wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Tinkerbell. Oh ja. Du bist die Neue. Ganz genau. Und was hast du für eine Gabe? Was denkst du könnte es sein? Hm, bist du eine Pollanistin? Pollanatorin? Pollempflückerin? Pollensupferin? Ich bin eine schnell wie der Blitzfee. Die Gabe ist ganz selten. Und das ist nur ein winziger Teil von dem, was ich kann. Ich mache Briesen im Sommer, wehe im Herbst die Blätter hinunter. Meine Winde haben sogar dich hierher gebracht, Schätzchen. Weißt du, eigentlich sind alle Feenarten von mir abhängig. Hey, das ist ja genauso wie bei mir. Wie bitte? Na, wir Tinker helfen auch allen Feenarten. Also sind wir zwei doch irgendwie gleich, oder? Schätzchen. Was ich mache, sind Naturgewalten, ja? Du machst Töpfe und Kessel. Ich arbeite hoch oben im Himmel. Und du unten in einem Graben, nicht wahr? Hey. Oh, versteh mich nicht falsch, Sonnenschein. Was ihr Tinker macht, ist wirklich prima und so. Aber ich würde nicht so damit herumprahlen. Schließlich hängt der Fröhle nicht von dir ab. Natürlich tut er das. Und wenn ich aufs Festland fliege, werde ich allen beweisen, wie wichtig wir sind. Wenn wer aufs Festland fliegt? Na, ich natürlich. Für den Frühling. Oh, natürlich. Das wirst du mir beweisen. Oh ja, das werde ich. Da bin ich ja sehr gespannt. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Nein, du entschuldigst mich. Nein, du entschuldigst mich.